Seit 1886 gibt es Mobilität unter dem Markennamen Victoria. Victoria steht für Qualität, die Fahrräder sind zuverlässig und alltagstauglich. Auch heute noch fühlen sich die Macher von Victoria den Werten und Traditionen ihrer Marke verpflichtet. Ursprünglich gegründet in Nürnberg erlebte Victoria 1995 einen Neustart. Sie wurde gekauft von der Hermann-Hartier-KG. Seit 1997 produziert Victoria wieder City- und Trekkingräder. Pedelex produziert Victoria seit 2005 und bietet heute eine Palette mit Antrieben von fünf verschiedenen Herstellern. Heute in unserem Video zeigen wir Ihnen das e-Viktoria 8.9 e-Trekking mit Bosch Motor. Hier bin ich Kapitän, hier darf ich's sein. Auf dem e-Viktoria 8.9 mit Bosch Mittelmotor für 2.999 Euro sitzt man sehr aufrecht und hat entsprechend viel Überblick. Durch das sehr lange Steuerrohr wird Lenkerflattern verhindert. Kürzt man den Spacerturm, so bietet das Trekkingrad aus Niedersachsen noch mehr Fahrstabilität. Weil der Akku am Unterrohr sitzt, punktet es bergauf mit günstigem Schwerpunkt. Eine grundsätzliche Kritik betrifft alle Teleskopstützen. Konstruktionsbedingt neigen sie zum Verkanten. Hier könnten anspruchsvolle Kunden ihren Händler bitten, diese gegen eine Parallelogrammstütze zu tauschen. Eine solche ist auch ergonomisch günstiger, da sie den Abstand zu den Pedalen beim Einfedern nicht so stark verkürzt wie eine Teleskopstütze. Uneingeschränktes Lob dagegen gebührt der Tadellosen die Ohre XT-Gruppe. Insbesondere gefällt uns Victorias Entscheidung für die kräftigen Scheibenbremsen mit 180er Scheibe vorne. Dies sollte Standard bei Elektrorädern werden, weil sie besonders sicher ist. Auch die integrierte Zugverlegung und der Motor gefallen den Testern, wie auch die konsequente Ausstattung mit Markenteilen. Insbesondere das schicke, im Gepäckträger integrierte Rücklicht und der bequem verstellbare Vorbau. Erhältlich als Diamantrahmen und als Trapezrahmen mit halbhohem Einstieg. Dieser taugt optisch auch für komfortsuchende Herren. Fazit? Grundsolides, komfortables Trekkingbike mit langlebiger Vollausstattung für viele Jahre sorgenfreien Fahrspaß. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.